Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch mal ein Full Day of Eating. Quasi jede Mahlzeit, die ich heute so essen werde. Das werden, glaube ich, knapp sieben Mahlzeiten sein. Gerade eben ging auch schon Formbilder aus an Stefan. Und der Ernährungsplan bleibt unverändert, alles bleibt gleich. Deswegen werdet ihr sogar meinen aktuellen Ernährungsplan sehen. Und das ganz genau zwölf Wochen bis zu meinem ersten Wettkampf in der Saison. Heißt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber auch nicht so wenig. Und dementsprechend wird es auch noch ein bisschen was zum Essen geben. Also viel Spaß beim Video. Wir starten den Tag natürlich mit dem Frühstück. Und da gibt es bei mir 100 Gramm Instant Rice Pudding, 40 Gramm Tussi Plus im Geschmack. Milchreiß Zimt in dem Fall. Aber da verwende ich auch mal gerne das Final Protein oder den Designer Whey. Also da kann man mit dem Geschmack variieren. Ansonsten habe ich hier 10 Gramm Cashewkerne drin und 120 Gramm Apfelmark als Topping. Schmeckt wirklich brutal lecker. Und der Vorteil hier ist, dass es auf der einen Seite extrem lecker schmeckt und natürlich sehr, sehr gut und sehr schnell zu verdauen ist. Und ich persönlich habe jetzt 100 Gramm Oats im Plan drin. Jedoch baue ich mir die Oats, denn ich verdaue die ein bisschen zu langsam. Und außerdem merke ich sie noch lange im Magen. Und wenn ich dann die zweite Mahlzeit esse, wo es danach oft zum Training geht, dann spüre ich es meistens noch. Und deswegen ist das für mich die beste Option, einfach um wirklich energiegeladen ins Training zu gehen, zwei Mahlzeiten vorher gehabt zu haben. Und es ist einfach, mein Essen einfach nicht in der Verdauung zu spüren. Ich habe schon erwähnt, dass es schmeckt, glaube ich. Mahlzeit Nummer zwei. Meine Pre-Workout-Mahlzeit. Das sind ebenfalls Instant Rice Pudding und Toosie Plus. 80 Gramm vom Instant Rice Pudding, 40 Gramm vom Toosie Plus. Und hier haben wir einen Unterschied. Wir haben keine Toppings mit dabei, um die Verdauung noch weniger zu beeinflussen. Hier wollen wir versuchen, wirklich so schnell wie möglich die Nahrung zuzuführen, sie im Körper zu haben, um auch Leistung im Training zu haben. Ich denke so, für einen Bodybuilder ist, glaube ich, die wichtigste Priorität erstens Nährstoffe. Die müssen stimmen und zweitens auch die Verdauung. Bei relativ viel Essen, bei relativ vielen Kalorien geht es eben so, dass ich keine Haferflocken verwende, weil die Verdauung eben verlangsamt wird. Aber wenn ihr die Option erwägt, weil ihr sie gerade zu Hause habt oder weil sie auch gerade einfach günstig sind, dann kann man ebenfalls Haferflocken verwenden. Und deswegen kann man da immer variieren, immer switchen und die Lebensmittelausfälle einfach auch benutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Pre-, Intra- und Post- sind die einzigen Sachen, die ich wirklich teile vor dem Training, wo ich wirklich auf die Uhr schaue und sage, okay, gut, eine Stunde vor dem Training esse ich mein Instant Rice Pudding, im Training mein Intra- und dann halt genau nach dem Training meine Post-Blocket-Mahlzeit, beziehungsweise ungefähr eine Viertelstunde nach dem Training, um das Training herum wirklich ein Anabolus-Umfeld zu schaffen und mit der Prima-God-Mahlzeit ebenfalls für Energie zu sorgen und ebenfalls um die Proteinsethese anzuregen. Letztens habe ich übrigens auch die Frage, wenn ich es daran bekomme, ob es dann in Ordnung ist, wenn man vor dem Training ein Muffin oder Ähnliches ist und da muss man wirklich sagen, beziehungsweise differenzieren, was ist optimal fürs Training, für die Verdauung und was nicht. Ein Muffin hat keine Proteine, also ich würde mich auf jeden Fall darum kümmern, irgendwas Proteinhaltiges zu finden. Also wenn ich jetzt gerade unterwegs wäre im Kaufland, da gibt es ja beispielsweise auch Eiklau aus dem Petra-Pack mit Geschmack, was man einfach so runter trinken kann. Das wäre eine Stunde vorher optimal in Kombination mit ein paar Reiswaffeln. Also irgendwas, was wirklich schnell ist, was die Verdauung nicht beeinflusst, was nicht fettig ist und auch vielleicht nicht zu viel künstliche Zucker hat, also zu viel Industriezucker hat. Nach der Pre-Workout-Mahlzeit geht es dann auch auf ins Training. Vorher natürlich meinen Pre-Workout-Shake. Hier habe ich drin Nitro, Meta Plus und Nootropic, heißt Fokus-optimiert, Pump-optimiert und Stoffwechsel nochmal angeregt vor dem Training. Ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher, ausreichend auch getrunken. Ganz, ganz wichtig, wer noch ein paar Cubs vor dem Training isst und einen guten Pump haben möchte und dafür sorgen will, dass die Cubs auch ankommen, wo sie ankommen sollen. Jetzt geht es erstmal auf ins Pooltraining. So, Training ist geschafft. Ich hatte ein Rückentraining und Bizeps und jetzt gibt es mein Post-Workout-Meal und dafür habe ich Cornflakes. Und für die Cornflakes werde ich so oft angesprochen auf Instagram und gefragt, was auch immer es zu fragen gibt. Wieso Cornflakes? Warum Cornflakes? Was ist daran so gut? Ich persönlich hätte niemals gedacht, dass ich Cornflakes mit Whey im Wasser aufgelöst einfach so snacken kann oder werde. Ich habe hier auch meinen Löffel dabei übrigens, so wie es sich für einen Bodybuilder gehört. Und tatsächlich ist es einfach nur Post-Workout-mäßig, um die Speicher wieder aufzufüllen. Es schmeckt lecker, es knuspert schön und vor allem mit Proteinpulver und Wasser geht es sogar ganz, ganz gut. Also ihr müsst es nicht essen, es ist aber ziemlich günstig, ziemlich lecker, aber es gibt zig Alternativen, die ihr da verwenden könnt. Aber viele haben es getestet, seitdem ich auf PrEP bin und die es noch nicht getestet haben und waren sehr, sehr positiv davon überzeugt und überrascht. Und das Schöne ist halt, dass es schmeckt in der Diät. Übrigens, die sind ungesüßt. Also wenn ihr nach Cornflakes sucht, spart euch den Zucker einfach, weil mit dem Whey und sowas bringt es einfach keinen Mehrwert. Wenn da noch mehr Zucker drin ist, brauchen wir nicht. Aus dem Schund des Vokarios. Gerade zu Hause angekommen, direkt in die Küche geschmissen und meiner nächsten Mahlzeit vorbereitet. Kommen wir jetzt aber erstmal zur Mahlzeit Nummer 4. Ich habe hier Rice, Chicken und Brokkoli mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß meistens. Ziemlich basic, ziemlich klassisch. Und dazu gibt es noch ein bisschen Sriracha-Soße. Normalerweise esse ich dazu auch gerne ein bisschen Ketchup, aber irgendwie schmeckt mir Ketchup gerade gar nicht. Also ich weiß auch nicht, warum. Ihr könnt davon irgendwie, ne? Schmeckt mir gerade irgendwie nicht. Und dazu gibt es noch ein bisschen Ice-T-Zero. Zero-Produkte habe ich mittlerweile auch noch ein bisschen in der Diät drin. Aber ich merke schon, wenn ich abends Zero-Produkte trinke, kriege ich wirklich Hunger. Also dann beiße ich mir auch öfter irgendwie aufs Gebiss. Also dann wird irgendwie suggeriert, dass man was Süßes haben möchte. Auch wenn es nicht nachgewiesen ist unbedingt, dass es irgendeinen Einfluss hat. Ich persönlich würde es gegen, sag ich mal, 10 Wochen Out eigentlich fast minimieren. Vielleicht nur noch ein Glas irgendwann mittags rum, um einfach nicht auf diese Süße zu kommen und irgendwie geschmacksneutral wie möglich zu essen. Weil das sorgt dafür, dass man auf jeden Fall keine Hungerhebe kriegt oder Heißhungertacken. Je basic, je plain wie möglich, desto leichter läuft es. Ansonsten habe ich auch wieder Hähnchen in der Ernährung, wie ihr gesehen habt. Ja, ich habe die ganze Off-Season eigentlich fast auf Fleisch verzichtet, so gut es ging. Aber in der Prep versuche ich mich wirklich nach Plan zu richten und auch nicht zu tracken. Weil ich habe gemerkt, wenn ich tracke, dann beschäftige ich mich viel zu viel mit dem, was ich esse. Muss rumrechnen, muss addieren, subtrahieren und gucken, ob das, was ich dann brauche, da ist. Und je tiefer man in diese Wettkampfdiät kommt, desto unnötiger wird das. Und deswegen bleiben wir hier basic. Und ja, weiter geht's mit der Mahlzeit Nummer 5. Jetzt nicht wundern. Das Gleiche nochmal. Und zwar 100 Gramm Reis. Das ist jeweils pro Mahlzeit 100 Gramm Reis, Trockengewicht, sowie 130 Gramm Hähnchen und ungefähr 130 Gramm Brokkoli. Bereite ich mir immer schon entweder früh vor oder nach dem Training, sodass ich für den ganzen Tag meine Meals bereit habe, um einfach nur noch zuzugreifen und zu essen. Das spart dann auch Zeit. Normalerweise in der Off-Season, ihr kennt mich, ich bin etwas kreativer und mache auch gerne mal eine Bolognese oder sowas. Also irgendwie was anderes mal. Aber tatsächlich in der Diät ist die Routine wirklich der Schlüssel, um sich freizumachen im Kopf von dem Gedanken, was esse ich denn heute? Denn je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr Hunger kriegt man auf Sachen, desto mehr Inspiration holt man sich über Lebensmittel, Nahrungsmittel. Und ja, desto eher kommt man da in diese Schiene. Ich könnte heute ja was anderes essen. Aber es hilft. Es ist keine Disziplin. Es ist einfach nur eine Routine-Sache. Also wirklich sehr, sehr simpel. Aber das ruft auch schon. Ich habe richtig Hunger. Die Kombination mit Reis, ein bisschen Hähnchen und Brokkoli machen mich auch wirklich alle zwei Stunden sehr, sehr hungrig. Also ich benutze auch keine Kartoffeln gerade oder so. Mein Appetit wird auf jeden Fall gut angeregt. Deswegen esse ich jetzt. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Mahlzeit wieder. Halb acht am Abend. Und ich war gerade eben noch ein bisschen spazieren. Meine Schritte schön voll machen. Ich habe, wie ihr seht, da diese große Spitze. Das waren gerade eben knapp 7.000 Schritte oder 6.000, 6.5. 11.5 heute auf jeden Fall. Die letzten sieben Tage im Durchschnitt 10.5. Das ist für mich so meine Basis. Einfach damit ich weiß, wie viel ich mich bewege. Ja, Schritte sind eigentlich einfach wirklich nur so ein Indikator. War ich die Tage genauso viel aktiv wie die Tage davor? Weil wenn ein Update mal kommt und man weniger Essen reinkriegt oder mehr Cardio machen muss und dann eigentlich sagen könnte, ey, die letzten zwei Tage war ich eigentlich kaum draußen, weil es geredet hat oder was weiß ich was, hat man eben einen Faktor, mit dem man sich begnügen kann beziehungsweise einen Faktor, mit dem man reflektieren kann, was kann ich denn besser machen in Zukunft? Einfach, um nicht faul zu werden. Das ist wirklich der einzige Hintergrund. Jetzt halt zu meiner vorletzten Malte des Tages und zwar mein Reis, Hähnchen und Brokkoli wieder mal mit ein bisschen Sriracha-Soße, ein bisschen Sojasoße, weil mir mein Salz ausgegangen ist. Und das gönne ich mir jetzt quasi. Ja, die vorletzte Malte ist die gleiche, aber ich habe auf jeden Fall wieder richtig Hunger. Die Stunde Spaziergang hat auf jeden Fall Platz im Magen gemacht, kann ich ebenfalls jedem empfehlen. Übrigens für alle, die Probleme haben, wirklich viel zu essen, weil jetzt werde ich heute knapp 3.800 Kalorien gegessen haben mit meinen Intrashakes und sowas. Also wirklich relativ viel Volumen nach wie vor, vor allem wenn man es clean isst, logischerweise. Wenn ihr eure Mahlzeiten aufteilt, euch wirklich Carbquellen aussucht, die ihr gut und schnell verdaut, dann kriegt ihr auch wirklich regelmäßig Hunger. Wenn ihr also Hartgänger seid oder Leute, die schwer zunehmen können, aber viel essen müssen, esst nicht so viel auf einmal und so große Volumenmengen. Und wie ihr merkt, haben meine Hauptmahlzeiten im Tag, nach, also ab Post-Workout, habe ich quasi kaum Fett noch in der Mahlzeit. Und die fetthaltige Mahlzeit kommt dann als letzte Mahlzeit. Also erstmal die wegsnacken und dann sehen wir uns in knapp eineinhalb Stunden wieder zur nächsten Mahlzeit. 21.30 Uhr, das heißt, meine letzte Mahlzeit wartet schon auf mich. Das hier sind 300 Gramm Magerquark mit einem Scoop Flavin' Tasty Butter Cookie und 50 Gramm Nüsse, also 25 Gramm Cashewkerne und 25 Gramm Walnüsse. Ich weiß nicht, wie lange wir das erhalten bleiben mit dem Magerquark. Ich habe gehört, dass Stefan das auch irgendwo rausholen wird. Aber solange es da ist, freue ich mich drauf. Das waren 3.800 Kalorien. Die ganzen Makros werdet ihr im Video eh sehen. Sieben Mahlzeiten am Tag. Und ja, wie es dann weitergeht, werden wir von Woche zu Woche sehen. Auf jeden Fall habe ich mit der Ernährung jetzt in den letzten zwei Wochen fast 2 Kilogramm verloren. Also es läuft auf jeden Fall in die richtige Richtung. In der letzten Crap habe ich auf jeden Fall mit etwas weniger Kalorien gestartet, aber habe auch ein bisschen Muskelmasse aufgebaut, davon ebenfalls nicht vergessen. Und was der Unterschied ist zwischen Manu und Stefan, wurde in den letzten Q&As ebenfalls oft gefragt. Und ich dachte mir, ich packe es mal wieder in ein Video. Der Unterschied ist gar nicht so groß, denn was ihr nicht vergessen dürft, ist das alle mit Wasser kochen. Also die Lebensmittel ändern sich halt nicht großartig. Und sogar Post-Workout war bei Manu Cornflakes. Habe ich aber nie gegessen. Ich habe immer Reispudding gegessen, weil es einfach in dem Moment leckerer war. Ansonsten gab es abends ebenfalls den Quark. Es gab Hähnchen, es gab Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Also es ist alles ziemlich naheliegend. Da wird jetzt keine große Wissenschaft draus gemacht. Interessant wäre natürlich für mich die nächsten Wochen. Was ich auf jeden Fall nicht tun werde, ist mit den Coaches vergleichen, weil es macht keinen Sinn. Zu dem Zeitpunkt, zu dem Stand mit Manu lief alles super. Ich bin gespannt, wie das so läuft und ich bin sehr davon überzeugt, dass es laufen wird, denn die Leistung, stimmt ja auch, die muss ja auch da sein. Muss ja auch bereitwillig sein, etwas zu ändern, etwas zu leisten und dementsprechend haben wir jetzt noch ein paar Wochen Diät vor uns. 12 Wochen, um genau zu sein und ich denke, ich werde das eine oder andere Volldurchschnitt noch machen, vor allem wenn die Kalorien reduziert werden, weil irgendwann wird es schwerer und dann wird es interessant. Was isst man dann und wie hungert man dann? Also momentan hungere ich gar nicht und ja, in jedem Fall sind das 3.800 Kalorien. Die Makros und sowas findet ihr irgendwo hier auf dem Bildschirm. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ihr wisst, mit dem Code ALDIN könnt ihr auf ESM.com immer mit dem besten Rabatt, mit der besten Aktion sparen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.